Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist ein großes Haus mit Parkplätzen davor. Sieht so aus wie Nahle. Also es gibt auch Duschen und auch Umkleidekabinen. Dort gibt es große Wasserbecken. Da kann man sehr, sehr viel baden. Es sind noch viele Matratzen für die Eltern. Gut, da kann man baden, da kann man vielleicht rutschen. Küche aktiv. Unser Name ist Programm und das seit über 23 Jahren. Traumküchen nach Maß. Alles aus einer Hand. Küche aktiv. Ihr Küchenspezialist in Meuselwitz, Markkleeberg, Frohburg und Oberlichtenau. Der Original Schmöllner Mutzbratengrill. Jetzt erhältlich im Onlineshop www.mutzbratengrill.de Für 14, 28 oder 52 Portionen. Thüringer Mutzbraten. Der Knüller jeder Party. Mit dem Regionalbus zu den großen Abenteuern des Landkreises Leipzig. Der Markkleeberger. Die Linie 106 fährt im 60-Minuten-Takt vom S-Bahnhof Markkleeberg zum Markkleeberger See. In den Sommermonaten an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen fährt die 106 direkt bis zum Stürmthaler See. Zum Abenteuerreich Belandes fahren Sie mit der Saisonlinie 105. Los geht's am S-Bahnhof in Markkleeberg an allen Öffnungstagen von Belandes. Drei Brillen zum Preis von einer. Diesen Sommer bei Apollo. Apollo Optik im Kaufland. Gewerbegebiet am Wilhelmschacht. Lassen Sie sich von den modernen und individuellen Wohnungen der Borna Wohnungsgenossenschaft begeistern. Genießen Sie Service und Sicherheit in einer Genossenschaft und finden Sie Ihren Wohnraum zum Glück. Also da gibt's ein großes Becken, da sind ganz hohe Wellen, die schalten sich alle... Halbe Stunde, halbe Stunde ein? Nein, halbe Stunde. Ja, halbe Stunde. Alle halbe Stunde schalten die sich ein. Ja, die sind cool. Die Wellen. Und da gibt's eine Sauna. Ach, da kann man nach draußen. Dann gibt's noch Salzwasser. Eiskalte Preise für heiße Tage. Sommerschlussverkauf bei Möbel Vogt. Viele Musterstücke bis zu 66 Prozent reduziert. Null-Prozent-Finanzierung bis zu 60 Monate. Außerdem viele Matratzen zum halben Preis. Möbel Vogt, Gewerbegebiet Euler-West. Holt euch jetzt den idealen Begleiter für die Ferien. Das Ferienticket Sachsen und das Schülerferienticket Sachsen-Anhalt machen Schüler und Azubis auch in den Ferien kostengünstig mobil. Mit Bus und Bahn günstig durch die Sommerferien. Jetzt informieren bei Ihrer Regionalbus Leipzig, Pegauer Straße in Zwengau. Ein Steinschlag an Ihrer Frontscheibe sollte kein Ärgernis sein. Besuchen Sie uns in der Werkstatt oder rufen Sie uns einfach an. Schönen guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Wintec Autoclass Burna ist Ihr Partner in Sachen Autoclass. Sei es eine Steinschlagapparatur, Neuverglasung oder im Zuge der Neuverglasung eine Kalibrierung der Kamera. Wir sind Premium Partner vieler Versicherungen. Haben Sie eine Werkstattbindung, kommen Sie einfach zu uns, wir beraten Sie gern. Des Weiteren steht unserem Kunden ein kostenloser Ersatzwagen zur Verfügung. Wir arbeiten getreu nach dem Motto freundlich, fair und überall. Musik Da gibt es sogar einen Sprungturm. Das sind drei Meter und fünf Meter. Und das ist ein komisches Gefühl, wenn man da runter springt. Da ist so ein Wasserstrudel und da kann man sich drehen. Also Nichtschwimmer dürfen da nicht so rein, weil sie noch nicht richtig schwimmen können. Weil die Wellen können ja auch die Nichtschwimmer. Da kann es passieren, dass man die Erträger geht. Also wenn man ins große Becken weiter rein möchte und da langen möchte, muss man warten, bis die Wellen vorbei sind. Da gibt es noch einen Blubberpool. Blubberpool, genau. Und der ist wärmer als das andere. Auf zur Goldsuche vom 22. Juli bis 12. August täglich von 10 bis 20 Uhr in Ihrem Poundsdorf-Sendor. Ich bin Alexander Leipzig und du bist dabei. Eine fantastische kleine Welt. Abenteuer Golfpark Kreuzsch. Entdecken und erleben Sie eine spannende Golfanlage der besonderen Art. Abenteuer Golfpark Kreuzsch. Direkt an der B176 neben der Bella Seniorenresidenz. In den Ferien täglich ab 10 Uhr geöffnet. Ihr habt Interesse am Tanzen? Ab dem neuen Schuljahr stehen noch wenige freie Plätze zur Verfügung. Meldet euch schnell zu einem Gratis-Schnuppertraining an. Tanz- und Fitnesszentrum Eula. Gewerbegebiet Eula West. HWS Böhlen. Wir übernehmen alle handwerklichen Dienstleistungen rund um Ihre Wohn- und Gewerbeimmobilie. Wir bieten Ihnen einen Komplettservice, der höchsten Qualitätsansprüchen genügt. HWS Böhlen. Werkstraße 28. Das Deutsche Bank Aktivkonto. Ein Konto für smartes Banking. Modern und bequem. Jederzeit sofort startklar. Weltweit kostenlos Geld abheben. Und persönliche Beratung und Kundenservice. In Ihrer deutschen Bankfiliale Borna Markt 5. Das Wirtshaus zum Kastanienhof. Ein Gasthaus im kleinen Ort Lobstedt. Mit einem gemütlichen und zugleich unterhaltenden Ambiente. Sie sind herzlich willkommen zu Gutbürgerlicher und Trendküche. Oder zu einem der Höhepunkte des Hauses. Wirtshaus zum Kastanienhof. Viktoriastraße 14 in Neukiritsch, Ortsteil Lobstedt. Und dann gibt es da noch so wie so ein kleines Becken, das hier ist so ähnlich wie für Kinder. Plus, dass das eher für Erwachsene ist, weil das ist wie in so einer Sauna. Plus, dass das Wasser ist, wenn man sich da reinsetzt. Und dann gibt es da so einen Kinderbereich, da kann man da reingehen. Da gibt es eine dunkle Rutsche und eine helle Rutsche. Ja, zwei Rutschen. Ich bin eine schon mal gerutscht, die war ganz dunkel und also die war hell und dann war mal eine dunkle Stelle, die so geleuchtet hat, ganz rot. Ja, das ist in Leipzig. Jetzt viel Spaß beim Raten!